Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubertsch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Schubiduwa, Schubidu, Schubiduwa. Da sind wir wieder. Ja. Herzlich Willkommen zurück. Ja. Ihr seid wieder bei uns. Herzlich Willkommen. Genau. Schön, dass ihr da seid. Mit einem sehr wichtigen Thema. Wenn du willst, reiß ich schon das Schruder an mich. Ja komm, gib Gas. Bitte. Komm. Auf jeden Fall. Und nicht, dass du mich hier mobbst jetzt. Niemals. Niemals Brötchen, weißt du das. Ja genau. Ich bin ja auch die Kleine von uns. Ja stimmt, eigentlich wirst du ja mal gemobbt. Wurde ich auch. Können wir ja mal ein andermal drüber sprechen. Oh ja, wollte ich gerade sagen. Du wurdest nicht gemobbt, das hast du ja nur eingebildet. Ja genau. Aber das tatsächlich können wir gerne mal an einer anderen Stelle aufmachen, was du genau damit meinst. Nein, heute zu dem Thema tatsächlich, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und was auch alles andere als lustig ist, ist das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Und da sollten wir auf jeden Fall darauf eingehen. Das kann sein, dass jetzt auch Leute zuhören, die vielleicht noch verunsichert sind und sich sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich das habe oder ob das auf mich zutrifft. Oder die sich vielleicht das auch gar nicht eingestehen können. Da komme ich jetzt wieder mit dem großen Traumathema. Ich muss da immer wieder raushauen. Ich glaube, da gibt es meistgesucht oder meistgenanntes da Begriff. Rekord. Das ist bestimmt Trauma. Also trau dich mal, könnte man auch sagen. Nein. Also worauf ich hinaus will, ist es kann sein, dass wir einfach uns gar nicht klar sind, was da mit uns passiert und das einfach mit uns machen lassen. Deswegen meine ich das. Und das kann halt auf Traumathemen zurückgehen. Aber wir gehen jetzt zu Mobbing am Arbeitsplatz. Das heißt, was ist das überhaupt? Das schauen wir uns genau an. Ihr sollt aber wirklich wissen, schon am Anfang direkt genannt, dass wenn ihr noch keine Hilfe euch aufgesucht habt. Ja, ich würde euch dringend raten, dass je nachdem, wo ihr arbeitet. Ja, wir reden ja hier von Arbeitssettings, dass man zum Betriebsrat geht, sofern der Laden, in dem man arbeitet, groß genug ist. Ansonsten halt könnte man natürlich auch gucken, ob man Vertrauenspersonen hat, wer auch immer das dann ist. Je nachdem, wo man arbeitet. Vorgesetzte, wenn da welche sind, mit denen man sprechen kann. Das gibt es auch. Dann Gleichstellungsbeauftragte, je nachdem, was man macht, wenn es um Schwerbehinderung geht, bestimmte Nischen oder was auch immer. Oder halt natürlich auch, wenn man im Rechtsschutz ist. Wenn nicht, würde ich empfehlen, auf jeden Fall einen abzuschließen. Dann in dem Fall, wenn man sich so fühlt. Und dann halt anwaltlich sich beraten zu lassen. Das ist ein gutes Recht in Deutschland. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das nicht einfach so stehen lässt, im Raum stehen lässt. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, was heißt das denn überhaupt? Wann, wo fängt Mobbing an? Und wo hört es auf? Im Grunde muss man sagen, dass der Begriff Mobbing, das ist so ein Begriff, der relativ schnell über die Lippen geht, im Umgangssprache. So, hey, halt hier, halt stopp, ich fühle mich gemobbt. Aber tatsächlich geht es um so eine regelmäßige, systematische Schikane. Oder wenn halt jemand herabgewürdigt wird. Und da sind wir schon dann schon fast schon im Juristischen. Also wo man sagen muss, ab wann kann der Begriff wie ausgelegt werden? Gehen wir erst einmal, ich würde jetzt nicht zu juristisch aufziehen, die Folge. Ich würde gerne mal erstmal auf das Psychische eingehen. Und zwar die Betroffenen sind in der Regel meist stark verunsichert, haben dann ein vermindertes Selbstwertgefühl. Das kann dann über die Zeit ein bisschen zu Depressionen führen oder auch Burnout oder auch zu Suizidgedanken führen. Dass man dann auch der Meinung ist, man ist nichts mehr wert, man schafft es nicht oder man, warum bin ich überhaupt noch hier und so weiter. Dazu haben wir auch schon Folgen gemacht. Würden wir euch das sehr ans Herz legen, hört sie euch gerne an, weil die euch wirklich weiterhelfen können. Und es kann aber auch neben der Psyche auch zu körperlichen Beschwerden kommen. Und die sind sogar noch subtiler. Also ich kann zum Beispiel Bauchschmerzen haben, ich kann Schlafstörungen haben, ich kann Atem- oder Magenprobleme haben, ich kann Essstörungen haben, ich kann Alkohol- oder Medikamentenmissbrauchsphänomene haben, ich kann Herzrhythmusstörungen haben, Bluthochdruck, was auch immer. Letztendlich gibt es da gar keine Einschränkungen. Also alles, was, wenn ich mich belastet fühle, dann zu einem veränderten Verhalten auf psychischer oder körperlicher Ebene führt, kann man zu Recht auch in Frage stellen, ob es nicht damit zu tun hat. Im Zweifel immer mit eurem behandelnden Arzt oder Hausarzt sprechen, weil der euch am besten kennt und dann das nochmal sonst hinterfragen und reflektieren, ob es da einen Bezug hat. Wo fängt das denn an, Arbeitsplatzmobbing? Und zwar, es ist so, wenn man jetzt zum Beispiel aus einer Gruppe ausgeschlossen wird, ja, jetzt erstmal allgemein, so, ist das noch kein Mobbing? Hört sich erstmal ein bisschen krass an, ne? Weil es ist jetzt auch die Frage, wie interpretiere ich das? Wenn ich jetzt aus einer Gruppe ausgeschlossen werde, systematisch, weil man mich vielleicht dann sagt, du bist nicht gut genug oder du bist einfach schlecht oder man nimmt alle rein, nur die Person selber nicht, also es hat was Systematisches, was Zielgerichtetes, dann ist es schon was anderes, weil dann hat es nichts mit Gruppenausschluss allgemein zu tun, weil der ist jetzt erstmal eher situationspezifisch, aber wenn etwas systematisch Zielgerichtetes ist, dann geht es in Richtung Mobbing. Ich hoffe, damit wird es ein bisschen klarer, wenn wir das ein bisschen unterscheiden. Und die, ja, man muss sich auch klar werden, dass Mobbing auch nicht einmal ist, sondern in der Regel wiederkehrt, also dass es so weitergeht und auch dann immer stärker wird. Also die Ausprägungen werden vielleicht sogar auch an verschiedenen Stellen, also das heißt, dann ist es vielleicht nur in der einen Situation, wenn man vielleicht nebeneinander sitzt, am gleichen Schreibtisch oder so, ja, gegenüber sitzend oder so, dann kann es sein, dass es dann in der Kantine schon ist oder wenn man sich privat irgendwo in der Nähe wohnt oder was weiß ich, also das ist in verschiedenen Bereichen dann weiter sich ausdehnt. Und dann könnte man sich auch fragen, was ist überhaupt Mobbing? Also wie darf ich mir das vorstellen? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Einer ist zum Beispiel Diskriminierung, dann sexuelle Belästigung ist ein Thema. Das ist übrigens über Jahrzehnte, vielleicht auch noch weitergehend, ich will aber jetzt das nicht zu groß aufbauen, wirklich auch so ein Gender-Thema, dass dann halt die Männer der Meinung sind, die können über Frauen entscheiden oder bestimmen oder diese entsprechend auch anders behandeln. Also die Gleichberechtigung oder die gleichwertige Darstellung ist immer noch nicht überall angekommen. Das kann also auch ein Grund sein oder auch Demütigungen, Beschimpfungen. Es kann auch sein, dass es auch irgendwie zu so einer Isolation kommt, dass man irgendwie so ausgeschlossen wird von bestimmten Dingen. Es kann auch sein, dass irgendwie Gerüchte verbreitet werden über mich und ja, solche Sachen. Es kann auch sein, dass man irgendwie, wie so, man sagt umgangssprachlich, man hat mich auf dem Kicker, dass man dann halt irgendwie gezielt dann begutachtet wird, beobachtet wird und jeder Fehler plötzlich dann ermahnt und raufbeschwört wird. Aber die Dynamik ist tatsächlich viel komplexer. Ja, also es gibt auch das Setting, dass ich merke, ich bin bisher immer vielleicht ein totales Alphatier gewesen, habe immer viel reingesteckt, auf die Arbeit war, immer fleißig, habe Vollgas gegeben und irgendwann denke ich mir so, es sieht keiner mehr. Weil vielleicht der Vorgesetzte jetzt plötzlich in Rente geht und dann kommt ein Neuer und der Neue hat gar keinen Bock auf mich. Dem gefällt meine Nase nicht und der lässt mich fallen wie eine heiße Kartoffel. Und ich habe dann das Gefühl, was ist denn hier los? Man sieht dann, man wertschätzt nicht mehr die Leistung und man fühlt sich nur noch am fünften, wieder hat fünfte Rad am Wagen. Und dann plötzlich kippt das Gefühl in ein anderes Setting. Ja, und dann hat das ganz schnell auch so Qualitäten von, wieso sieht er mich nicht, wertschätzt mich nicht? Und dann sagt dann der Vorgesetzte so, ohne dass übrigens alles, was ich jetzt sage, das ist nicht ausgesprochen, sondern irgendwie so ein Gefühl, was immer so zwischen den Gesprächen dann stattfindet, dass dann der Vorgesetzte sagt, was willst du denn so nach dem Motto? Also du hast hier gar nichts zu melden. Also wenn ich wollte, könnte ich dich auch in eine ganz andere Abteilung versetzen oder dir das und das wegnehmen und so. Das sind so Dinge, die dann häufig nicht ausgesprochen werden, sondern dann durch so ein Lächeln oder durch irgendwelche Spitzfindigkeiten dann einfach vollzogen werden. Und ich kann dir sagen, Jules, in meiner Praxis habe ich gefühlt, ich weiß die Statistik, die persönlich jetzt nicht so hoch hängt, aber ich würde sagen, auf jeden Fall jeder Fünfte bis jeder Zehnte irgendwo dazwischen hat, ist ein solcher Fall. Also wo die Arbeitssituation so ist, ja, auf jeden Fall. Und wo es dann auch tatsächlich, und das möchte ich nochmal, das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, wo es bei all diesen Leuten, die ich begleite, durch die Belastung bis hin zu einer Schwerbehinderung führt. Jetzt kann man sich fragen, was ist Schwerbehinderung? Schwerbehinderung auf einer psychischen oder körperlichen Art, dass man merkt, bestimmte Dinge gehen nicht mehr, sei es Schmerzen, haben, sei es Belastungen oder so. Ich meine, natürlich kann man, ist es nicht immer eins zu eins so runterzubrechen. Manche haben vielleicht noch ganz andere Geschichten, die dann da das nochmal, also die dann in so eine Kettenreaktion dann auf einmal führen. Vielleicht habe ich schon mal einen Bandscheibenvorfall und dann merke ich aber, dass diese Belastung, dieses Mobbing mich zu einem vegetativen, auf ein vegetatives Nervensystem so drückt oder anschlägt, dass ich dann stärkere, also mehr Schmerzen habe oder dass ich ganz anders reagiere und tatsächlich bestimmte Dinge nicht mehr richtig ausführen kann, nicht mehr schlafen kann und dann bin ich auch nicht mehr belastbar genug und dann kann ich auch bis hin zu einer Schwerbehinderung, ja, die vielleicht temporär erstmal nur festgelegt wird, also vielleicht ein bis drei Jahre, je nachdem, was das ist. Das muss man ja auch dann beantragen, ne, aber alles ausgelöst durch halt eine Mobbing-Situation. Und übrigens das, was wir hier so beschreiben, Mobbing am Arbeitsplatz, das gibt es ja auch in Partnerschaften, ne, also das will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen an dieser Stelle, aber um deutlich zu machen, wo man sich auch nicht mehr gesehen, geliebt und sonst wie fühlt, ne, und ich glaube, jeder, der das kennt, weiß auch, wo das hinführt. Man wird krank oder es geht einem nicht gut, ne, und da möchte ich gar nicht so sehr die Büchse der Pandora hier an der Stelle aufmachen, aber wir bleiben jetzt beim Mobbing am Arbeitsplatz, ja. Auf jeden Fall muss man sich klar machen, wenn sowas passiert, würde ich jedem ans Herz legen, äh, guckt, dass ihr Vertrauenspersonen habt. Erstmal im privaten Bereich, dass ihr euch jemandem anvertraut, dass ihr mit jemandem darüber redet, dass ihr nicht alleine seid damit. Macht nicht, macht euch nicht zu. Ähm, ihr müsst es jetzt zwar nicht jedem, äh, erzählen und hausieren gehen, aber eine Vertrauensperson, ein bis zwei, würde ich euch sehr ans Herz legen. Ähm, im Zweifel auch sonst eine neutrale Person, wie ein Psychotherapeut oder sei es nur durch ein Erstgespräch, dass man einfach mal mit jemandem redet und der einem sogar noch eine Rückmeldung geben kann, ne. Das geht auf jeden Fall, ne. Und, ähm, die Frage ist jetzt, ähm, ist sowas denn strafbar? Und dann kann ich euch sagen, ja. Also, es gibt zwar keine richtigen Gesetze, so, soweit ich das weiß. Ich bin jetzt kein Jurist, ne. Das muss ich auch nochmal dazu betonen. Also, wenn jemand jetzt hier Jurist ist und sagt, hey, Cord, was erzählst du da, äh, meldet euch gerne, ne. Können wir gerne nochmal eine Folge dazu machen. Ich bin jetzt hier kein Jurist. Aber ich will einfach damit sagen, doch, klar, auf jeden Fall gibt es auch, wenn Straftatbestände erfüllt werden, äh, gibt es das natürlich auch. Und das ist dann zum Beispiel, wenn es um üble Nachrede geht, ja, oder Beleidigungen oder, äh, Verleumdungen oder Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, sexuelle Nötigung, all diese Baustellen. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall im Strafgesetzbuch, äh, geregelt sind. Deswegen macht es auch Sinn, sonst mit dem Jurist zu reden und dann zu schauen. Da kann ein bisschen zu Schadensersatz, ne. Aber mir geht es jetzt weniger um die juristischen Aspekte, sondern mehr um die, dass es auch, äh, darum geht, ich bin geschädigt worden. Dass man das eigentlich eingesteht und dann sich fragt, was mache ich damit? Jetzt ist natürlich, äh, die Frage, wenn ich jetzt das merke, ich werde, ich bin Mobbingopfer, könnte man sich ja zurecht fragen, ja, was mache ich denn dann jetzt? Ne, so, äh, kann er jetzt schlecht Spielstand laden, ne, so irgendwie nochmal neu alles auf Null setzen, geht ja auch nicht, ne, ich bin da drin in dem Setting. Ähm, natürlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sowas wie so eine Art, äh, manche Leute nennen das so, so wie so eine Art Tagebuch führen oder so, ja, dass man halt so aufschreibt, was ist passiert, wodurch, welche Staaten, welche neutral, also neutral formuliert, also welche Sachverhalte haben sich ergeben, äh, dass man die notiert, ähm, und dann auch an Vertrauenspersonen, habe ich ja schon gesagt, dass man sich daran wendet, dass man, äh, die, äh, sich auch, wenn es zu belastend ist, sogar sich krankschreiben lässt, also, damit muss ich noch was kurz sagen zu, und zwar, wenn ich so belastet bin, dass ich wirklich nicht schlafen kann oder dass ich sogar Fehler mache auf der Arbeit, weil das sollte natürlich nicht passieren, dass ich vielleicht auch weitreichende Fehler mache oder so, ne, das wäre dann, dann bin ich in dem Moment nicht arbeitsfähig, in dem Moment, das muss man doch nochmal sich deutlich machen, also nicht arbeitsfähig, und, äh, das heißt aber nicht jetzt im juristischen Sinne nicht arbeitsfähig, sondern dass man erstmal belastet ist und dann kann man durch halt, wenn der Arzt, der Hausarzt das genauso sieht oder der Facharzt, kann man sagen, komm hier, eine Woche oder zwei Wochen zieh dich raus, ja, guck, dass du erstmal wieder klarkommst, ne, irgendwie dich ablängst oder dir vielleicht Hilfe holst oder so, ne, ähm, und dann halt nochmal hinschauen, ne, manche Sachen kann man lösen, wenn jetzt die Frage kommt, wie komme ich da jemals raus, manche Sachen kann man lösen, dass man sich versetzen lässt, dass man einen anderen Verantwortungsbereich dann ausfüllt, dass man vielleicht nochmal klarende Gespräche führt und dass man, ähm, sonst, äh, gibt es natürlich auch, ne, Arbeitsstelle wechselt oder, wie ich gerade schon sagte, Abteilung wechselt, je nachdem, wie groß das Haus ist, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch außerordentliche Kündigungen, Aufhebungsverträge, ne, oder aber auch, da wäre ich aber vorsichtig, da würde ich mich eher wirklich einmal rechtlich informieren, es gibt auch die Möglichkeit, weil man ja selber nicht gehen will, dass man auch andere Möglichkeiten da, äh, oder Wege gehen kann, die auch tatsächlich dann auch zu Abfindungen oder andere Dinge führen, die angemessen sind, weil man ja an der Stelle so wie rauskatapultiert wird, ne, solche Sachen. Und, ähm, geh mal in konkretere Beispiele jetzt rein, also ich hab hier, ähm, also alles anonymisiert, ne, also ich hab das total komplett, äh, wie sagt man, entfremdet, ne, auch wenn sich jemand jetzt vielleicht angesprochen fühlt, ist das dann wirklich echt, äh, Zufall, wobei, äh, das auch das eigentlich, das ist, äh, so gut wie unmöglich, ähm, also es ist so, dass, ähm, die Settings unterschiedlicher Art schon, ich schon miterlebt habe, ja, sei es von wirklich sexueller, äh, Belästigung, ne, dass dann, äh, irgendwelche körperliche Anzüglichkeiten dann, äh, eingefordert worden sind oder andere Dinge und, äh, die Person natürlich erstmal verunsichert ist, äh, und vielleicht das, oder vielleicht sogar das vielleicht vorher auch sogar, gibt's ja auch, dass man, äh, äh, eine, eine, eine Liebschaft hatte oder Partnerschaft, die kaputt geht und dann bleibt Arbeiten aber beide weiter auf der Arbeit und, äh, es kommt dann halt auch zu solchen Phänomenen, ne, mit Gerüchten, Streuen und was weiß ich nicht alles, ne, solche Sachen, klar, gibt's natürlich dann auch, ne, oder, ähm, dass es sowas gibt, wie, ähm, auch schon alles erlebt, ne, dass, äh, die Personen, äh, wirklich so gute Leistung erbringen, dass die dann aber aufgrund von interne Strukturveränderungen dann plötzlich diese nicht mehr brauchen und die Personen auch eher als wirklich Überbleibsel oder überflüssig wahrgenommen werden und man hat so das Gefühl, man ist, wird wirklich nur noch so, macht so unnötige Arbeiten, aber die wissen auch nicht, wohin mit einem, man will halt nicht die Abfindung zahlen vielleicht, ne, also solche Phänomene, zumindest haben die dann das Gefühl, ne, weil die dann vielleicht über 30 Jahre dann da gearbeitet haben und dann plötzlich werden sie nicht mehr gebraucht, dann werden die irgendwie nur noch irgendwie in so einem Abstellraum, äh, gefühlt weggesteckt so und dann denkt man sich auch, was soll ich da, ne, was soll ich da machen oder man erwartet, dass man ganz viele Fortbildungen macht oder sich jetzt verändert oder, ne, so, also es gibt unterschiedlichste Settings, ähm, auch von der Ausprägung der Belastbarkeit und auch der, äh, wie sagt man, ähm, das, also ich muss sagen, vielleicht sage ich es auch nochmal so, äh, es gab auch schon Berichte, ja, wo ich wirklich erstmal überlegen musste, so, ey, hat, ist das wirklich so passiert? Das klingt so krass, so wie in so einem Film oder in so einer Serie, also sowas so, 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 so fast schon unglaubwürdig, ja, was aber dann im Sachverhalt auch teilweise schriftlich vorgelegt, ne, sich dann auch tatsächlich so erwiesen hat, ohne jetzt da zu spezifisch reinzugehen, aber, ähm, das gibt es in allmöglichen Varianten, sei es, dass jemand ein Vorgesetzter das persönlich nimmt, also dann auch wirklich zu so einer persönlichen Kriegsführung macht oder das wirklich zu diesen sexuellen Dingen kommt und so, das ist schon so eine Sache, also, wer sich hier angesprochen fühlt, bitte, 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 ähm, nehmt euch da ernst, also jeder, der sich in dem, was ich hier ausführe, wiedererkennt, äh, sollte bitte nicht warten oder denken, das wird sich schon irgendwann ändern oder ich bin vielleicht nur das Problem oder so, bitte macht das nicht, das ist Quatsch, also wirklich das zu denken ist der größte Quatsch, den es gibt, also wir haben das Recht, dass wir hier in Deutschland angemessen, äh, behandelt werden, angemessen heißt, äh, wertschätzend, ähm, und dass man natürlich klar, je nach Arbeitsvertrag, den, 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 den Leistungen, den Ansprüchen, ähm, nachkommt, also sofern man sie unterschrieben hat und diese auch, ähm, ich bleib jetzt mal absichtlich nur in Deutschland, dem Menschenbild entsprechend, äh, sind, ähm, klar, okay, ne, aber, ähm, ansonsten alles, was darüber hinausgeht und auch zu persönlich wird, äh, hat man das Recht, das auch nochmal sich zu hinterfragen und, äh, ich würde es auf jeden Fall in jedem Erstgespräch so empfehlen, ähm, dass man sich Hilfe holt oder dass man erstmal vielleicht nochmal drüber nachdenkt oder auch nochmal schaut, was will ich denn, ne, und letzter Hinweis, äh, bin ich auch durch damit tatsächlich, was ich hier in kurz so knackig mitteilen wollte, ähm, es gibt sicherlich auch das Phänomen, dass Personen schon, ähm, in ihrer Vorgeschichte, das meine ich mit dem Trauma, schon Dinge erlebt haben, die schon im Leben sehr gravierend waren und dann ist das jetzt wie so eine Wiederholungsschleife, dann ist das plötzlich in einem Arbeitssetting oder in so einer Situation, weil man vielleicht, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich schon immer so, sie eher so schüchtern bin, wenn ich sehr, äh, nicht misstrauisch, wenn ich so, äh, ähm, verunsichert bin und, äh, immer versuche lieb zu sein, harmonisch und versuche den Druck rauszunehmen oder so, äh, und versuche alles ganz fleißig zu machen und dann bin ich wirklich beim Chef, der mich beim Wort nimmt, der ganz akribisch ist und der mich auch noch gerne leiden sieht oder dass ich dann ganz viel arbeite und ich denke, ja, ja, ich bin nicht gut genug, ich muss das alles erfüllen, dann könnte man schon fast sagen, gut, die Person, die lädt das ein Stück weit ein, dass sie in so eine, in so eine Struktur, in so eine, in so eine Sache, ähm, immer wieder reinrutscht, äh, weil die natürlich dann, wenn sie so von sich denkt, mit einem Vorgesetzten, der dann sagt, ey, du bist super, so wie du bist und, äh, ne, immer mach mal langsam Piano oder das musst du gar nicht, du machst ja hier für zwei, ne, arbeite mal weniger, ne, das ist dann schon fast irritierend oder dann denkt man sich so, hä, wie, was, ne, so, also dass man, also es ist, worauf will ich hinaus, ähm, man sucht sich schon was, was Komplementäres, wir Menschen suchen uns in der Regel immer subtil oder unbewusst, vorbewusst, so, so, ähm, ein Umfeld, was gerade zu dem passt, wo ich mich in der Lebensphase gerade befinde und wenn ich, ähm, mich merke, ich behalte, ich behalte es absichtlich sehr allgemein, ne, weil ich, äh, die Hörer in der Masse ansprechen will, ähm, und wenn ich merke irgendwie, ich verändere mich oder, oder das Setting im Außen verändert mich, nehme ich das, ähm, äh, auch wahr, kann ich das auch wahrnehmen als eine Herausforderung vom Leben, dass ich mich jetzt hier verändern kann oder, so würde ich auch jede Mobbing-Situation einschätzen, dass ich jetzt in die Eigenverantwortung gehen soll, dass ich also gucken muss, wie kann ich jetzt für mich hier sorgen, weil das Umfeld tut es nicht, die Vorgesetzten oder wer auch immer tut es nicht, äh, und dann werde ich aufgerufen, appelliert das Leben an mich quasi, dass ich gucken muss, ne, da möchte ich einfach, damit schließe ich da auch den Kreis und beende hier meinen Monolog, äh, mit, dass, äh, es immer eine Einladung ist, in die Autonomie zu kommen, in die Eigenverantwortung, wenn ich nicht weiß, wie das geht, darf ich mir und hier mein Appell, bitte macht das auch, holt euch Hilfe. Ja, super, ähm, ich würde aber gerne auch noch einen Aspekt mit reinbringen. Ja, das geht nicht, ne, ne, das ist nicht deine Folge, du bist jetzt hier gemobbt, weißt du? Hör auf jetzt, wollte ich gerade sagen, hör auf mich zu mobben, du musst auch noch ein Wort reinbringen. Ja, hör aus, ja. Und zwar, ich habe gedacht, ich weiß nicht, Kurt, wie empfindest du das, du hattest das gerade auch schon so angedeutet, dass ich vielleicht aufgrund meiner Persönlichkeit oder der Dinge, die ich so, ähm, aus meiner Kindheit und Entwicklungszeit, äh, mitbringe und die mich dann, oder die ich so, ne, von mir als Person vielleicht auch da Glauben setzt oder Dinge, die ich über mich denke, halt mitbringe, ähm, vielleicht auch in gewisse Beziehungsstrukturen schon gerate, die dann in so eine Mobbing-Situation führen können, ne, weil ich habe, also eine Frage an dich, weil ich habe häufig das Gefühl, also ich hatte jetzt, muss ich wirklich sagen, auch noch nicht so häufig Mobbing-Opfer oder Mobbing-Betroffene, ähm, bei mir im Coaching, aber deswegen finde ich das ganz spannend aus deiner Sicht zu hören, aber ich hatte es doch ein, zwei Mal und da fand ich interessant, äh, dass sich das im Lebenslauf bei denen wiederholt hat, die Mobbing-Situation, also, ne, in komplett anderen, in komplett anderen Settings und da hatte ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Person an sich vielleicht Persönlichkeitsstrukturen mitbringt, die, ähm, die so eine Dynamik schneller zulassen, also was ist da deine Beobachtung? Das hatte ich tatsächlich auch damit gerade sagen wollen, also, dass genau das, also mit der Ausführung, dass das, äh, sich wiederholt, also dass ich die Strukturen so einlade, ne, das war das, was ich damit, genau, was du jetzt sagst, damit vermitteln wollte und, ähm, auf jeden Fall, also, ich würde auch vermuten, aber es ist nur eine Vermutung, also, das heißt, ich lehne mich da sehr weit mit aus dem Fenster, ich will nicht sagen, dass es so ist, sondern ich vermute es, dass, äh, es tatsächlich da auch immer eine Geschichte zu gibt, ja, also die, ähm, äh, wo das, also wie, so wie ich da mal das Beispiel bringe mit der Stufe, ja, wenn ich den Fuß nicht hoch genug hebe, falle ich drüber, dann kann ich mir noch so viel sagen, oh, wie schlimm die Stufe ist und bla, blub, blib, ne, aber ich entscheide ja immer selber, wie hoch ich den Fuß hebe, also, ich meine, ich werde erst dann, das wird sich das nicht mehr, äh, wiederholen, wenn ich den Fuß hoch genug hebe und im Leben jetzt übertragen auf Mobbing-Situationen, wenn ich erkenne, mir passiert was, was mir nicht gut tut, ähm, dann habe ich, werde ich eingeladen, das zu erkennen, wie bei der Stufe, die zu hoch ist, dann muss ich das entsprechend anpassen, das geht nicht von jetzt auf gleich, also, da hinkt hinkt das Stufe, zum Beispiel, und das ist auch viel komplexer, aber, äh, das Prinzip ist das gleiche, also, ich, ich habe die Chance, daraus zu lernen und kann dadurch dann in Vor, dann für die Zukunft, nicht in dem Setting, aber in zukünftigen Settings, dann ganz anders reagieren, also, ich muss es dann nicht wiederholen, ich muss dann, dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Bewerbungsgespräch, wenn ich den Job wechsle, ganz anders gucken und auch Entscheidungen treffen, ob ich mich auf den Chef einlasse oder nicht, oder die Chefin, ne, genau, und aber man muss fairerweise sagen, man kann, jetzt möchte ich damit nicht sagen, dass man immer alles im Vorfeld einplanen kann, also, wie ich ja auch das Beispiel brachte, äh, ich habe einen super Chef und der geht dann in Rente oder da kommt ein neuer Chef und der ist plötzlich ganz anders, manche Settings, äh, sind so nicht, nicht planbar, die, äh, geben, gibt das Leben quasi, wie man so will, äh, von, von sich aus vor und, ähm, ich habe aber trotzdem eine Chance und sollte auch diese greifen, indem ich gucke, was tut mir gut und wo muss ich für mich sorgen, ne? Übrigens habe ich gar nicht erwähnt, es gibt gute Studien dazu, ich habe eine hier von Statista, das ist ja so eine Plattform, wo viele seriöse Statistiken zusammengeführt werden, hier aus dem Jahre März 2021, die haben da ganz viele Leute befragt und das fand ich ganz spannend, da haben die von insgesamt, ähm, 2000 Befragten über 18 in Deutschland haben die, ähm, von YouGov ist die Quelle, ähm, haben die, äh, gefragt, wer schon mal einen, äh, Kontakt hatte mit Mobbing auf dem Arbeitsplatz und dann haben 29 Prozent gesagt, wurden selbst schon mal gemobbt, 17 haben gesagt, dass sie es schon mal bei einem Kollegen oder so wahrgenommen haben, 4 Prozent haben gesagt, dass sie selbst schon mal aktiv waren für, für Mobbing gegen andere und 53 Prozent hatten noch keine Erfahrung damit gemacht, das finde ich schon recht viel, dass sie knapp die Hälfte damit schon Erfahrung hatte und, äh, jetzt ganz spannend fand ich auch noch im zweiten Punkt, was davon denn Mobbing, äh, welche Art von Mobbing, äh, ne, so ist, ist denn vorgefallen, das sind knapp, knapp 1887 waren das da, die da, äh, kommt auch hin mit dieser Zahl, ne, ähm, die da betroffen waren und die haben gesagt, äh, 80, also von diesen, die das Mobbing erleben hatten, haben 80 Prozent, äh, gesagt, dass es in der direkten sozialen Interaktion ist, die Mobbing-Situation und die anderen, und das ist weit unter, äh, 10 Prozent ist E-Mail, Social Media, Telefon, Messenger und Sonstiges, wo, wohlgemerkt, wir reden hier von beruflichem Mobbing, ne, wir reden nicht von Mobbing allgemein, ne, ne, Schülermobbing oder was auch immer, ne, sonst, wir sind beruflichem Mobbing, ne, sonst wären vielleicht die, der, der soziale Bereich wahrscheinlich höher, Social Media und so, aber, ähm, das finde ich ganz interessant, also auf der Arbeit ist der direkte, ist natürlich die Frage, inwieweit jetzt auch, äh, das Homeschooling, äh, nicht Homeschooling, sondern, ähm, dass, äh, die Corona-Situation, mit dem das viele zu Hause gearbeitet haben, ne, ähm, Homeoffice, ähm, dass die jetzt vielleicht noch ein bisschen jetzt verschiebt, ne, das kann natürlich sein, aber wir lassen den Effekt mal absichtlich außen vor, ne, generell können wir sagen, soziale Interaktion ist immer noch, äh, auf Platz 1 und, ähm, knapp die Hälfte, äh, haben damit Erfahrungen gemacht, ne, die befragt worden sind. Nochmal kurz, nochmal so, wieso, wenn man sich das nochmal anatomisch quasi anguckt, so eine Mobbing-Situation, ähm, könnte man vielleicht festhalten, Kurt, gibt es so, weißt du, wiederkehrende Themen, die da eine große Rolle spielen? Ich gehe jetzt mal darauf ein, wie zum Beispiel Macht und Kontrolle, ne, oder sowas wie auch, ähm, dass Mobbing-Opfer vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen oder für sich einzustehen oder was ich auch zum Beispiel mir gut vorstellen könnte, ist, dass die auch schwer Wut empfinden, ne, also sich selbst, also Wut ist ja auch ein Gefühl, was dazu beiträgt, dass ich mich gut abgrenzen kann, also, ne, für mich und in so eine Selbstbehauptung komme, dass die vielleicht, weißt du, dieses Gefühl von, so bildlich, ähm, man kann halt viel mit denen machen, ne, also die sind, ähm, die sind halt nicht so klar oder so, ich sag mal, in ihren Grenzen, sodass dann natürlich auch, ähm, Mobbing-Täter da leichteres Spiel haben. Aber da die Frage so an dich, Kurt, hast du eine Idee oder auch eine, ne, ne, würdest du sagen, man könnte schon sagen, das hat so ein wiederkehrendes Thema, die Mobbing-Situation? Ja, eigentlich schon. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Allerdings denke ich schon, dass sie im Detail was komplexer ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Setting angucke, wo ein Mitarbeiter sagt, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten und weil ein neuer Chef kommt, der vielleicht engagiert ist, aber der Mitarbeiter sagt, ich finde den doof und dann sagt, so, bis zur Rente mache ich gar nichts mehr und du kannst mir nichts mehr, weil sonst musst du mir eine riesen Abfindung zahlen und dann kannst du ja einen Laden schließen, überspitzt das mal ein bisschen. Oder der sagt dann so, du bist auf mich angewiesen und wenn ich jetzt nichts mehr mache und du kommst mir blöd, mache ich gar nichts mehr und gibt ja auch keine Infos mehr und ich mache das so, dass ich juristisch trotzdem das sauber alles mache und du hast Probleme mit deinem Unternehmen, ne, also oder das Unternehmen an sich hat Probleme, ne, solche Fälle habe ich mehrfach erlebt. Das ist jetzt tatsächlich sehr künstlich gerade inszeniert von mir, ne, aber so, nehmen wir mal das von dieser Seite, ne, dann könnte man sich fragen, so, wer mobbt hier denn wen? Also das ist tatsächlich dann so, dass fast schon, dann will ich jetzt nicht sagen, dass dann vielleicht je nachdem, welcher Position die Person ist, fast schon, fast schon so wie fremdmotiviert wird, denjenigen unter Druck zu setzen, so nach dem Motto, du musst aber, ne, jetzt hau mal hier rein. Das ist dann kein Mobbing. Ne, Mobbing ist, habe ich ja gerade gesagt, zielgerichtet, ne, wo die Werte runtergestuft werden und so weiter. Also, oder wo man schädigen will oder wo es um Verletzungen geht. Deswegen würde ich im Moment denken, geht es um Macht, in den meisten Fällen Macht oder es hat noch andere Motive wie, wobei da auch mal die Frage ist, inwieweit ist da auch wieder Macht hinter? Nehmen wir sowas wie sexuelle oder, ne, oder auch andere so wie demütigen, verletzen, andere quälen oder, oder, oder einfach das Gefühl zu haben, ich bin besser als du, ne, ich stehe über dir. Da sind wir letztendlich, wenn du so willst, weiterhin bei Macht. Ne, ich führe das nur im Detailgrad mehr aus, in so Subkategorien, ne, aber, ähm, macht es schon mit, dass, dass, das häufigste Phänomen, ähm, und es ist Und vielleicht auf der anderen Seite, weißt du, dieses Thema der schlechten Abgrenzung, ne, oder das Gefühl, ne, also, dass man sich dann schwer behauptet. Du kannst davon ausgehen, ich würde, ich habe eher die Vermutung, das ist aber eine persönliche aus meiner Praxis, ne, das ist jetzt keine Forschung oder eine Studie oder irgendwas, was ich gelernt habe. Ich habe das Gefühl, dass Mobbing immer dann stattfindet, wenn ich als der, der mobbt jetzt, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäftsführer bin und würde jetzt meinen, einen Mitarbeiter mobben, dann würde ich jetzt nach meiner Annahme, würde ich deswegen mobben, weil mich der Mitarbeiter triggert. Triggert heißt, dass der mich an irgendjemand erinnert, den ich einfach nicht leiden kann und den ich nicht mag, ja, oder, äh, der irgendwas in mir zumindest emotional aktiviert, ja, und ich das deswegen an dem dann rauslasse oder ich das dann dem spüren lasse, obwohl er überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Aber ich denke, das ist so. Oder ich, ich projiziere es dann ja dann auf ihn, obwohl es mit ihm direkt nichts zu tun hat, ne, also von der, von der persönlichen Ebene her. Wenn es auf einer, auf einer Sachebene bleibt, also sprich, welche Leistungen der Mitarbeiter bringt, er bringt, ähm, das ist ein ganz anderer Kontext, äh, weil das ist für mich kein Nährboden für Mobbing. Das wäre für mich ein Nährboden, wenn jetzt zum Beispiel der Chef sagt, ich muss den mobben oder ich mobbe den einfach, weil er einfach eine Pfeife ist, der kann nicht arbeiten, jetzt überspitzt formuliert, dann würde ich sagen, hör mal, das ist jetzt, hat einer mit dem anderen nichts zu tun, ne, nur weil du sagst, das ist eine Pfeife, das ist ja deine subjektive Empfindung, ne, du musst dich dann einfach fragen, inwieweit ist die Anforderung, die du hast, vielleicht auch zu hoch. Vielleicht warst du bisher verwöhnt von welchen, die zu viel gemacht haben oder so, also, dann bin ich schon fast in so einer Supervision für Unternehmen, äh, wie ich dem, 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 Leiter sage, dass er vielleicht ein bisschen gucken muss, was ist hier ein faires Angebot dem Mitarbeitern gegenüber, ne, und, äh, du verstehst, du verstehst die Kluft, ne, die verschiedenen Dinge, die miteinander da konkurrieren. Ja, total, also das, da bin ich auch ganz bei dir, ne, dass man das auf keinen Fall irgendwie über einen Kamm scheren kann und auch, ne, dass es individuell ganz, ganz unterschiedlich sein kann, ähm, es kann ja auch, klar, ne, es kann ja auch einfach jemanden, äh, einfach so treffen, ne, das muss ja, weil zum Beispiel der Täter in dem Moment, ne, also, dass derjenige da einfach dann, leichtes Spiel hat bei dem, aus welchen Gründen auch immer, aber ich glaube, was man gut festhalten kann, ist vielleicht schon so dieses Ding, wie du schon sagtest, ähm, ne, vom Mobbing-Tätern ausgehend dann eher dieses Thema Macht und dann auch natürlich bei den Mobbing-Opfern das Thema Ohnmacht, weil man ja auch leider oft, also existenziell, ähm, mit dem Job natürlich verbunden ist, ne, oder da halt auch viele Themen eine Rolle spielen, dass man sich da nicht so schnell rausziehen kann, ähm, aber gut, ne, dann würde ich sagen, halten wir das einfach mal so fest und ich glaube, was man ganz, was ganz wichtig ist, versuch, ähm, den Leuten nochmal mit an die Hand zu geben, die da vielleicht betroffen sind, so dieses, denen das Gefühl zu geben oder mit denen auch da daran zu arbeiten, dass die Handlungsoptionen an die Hand bekommen, ne, oder Handlungsoptionen gewinnen, ähm, dass man das mit denen, glaube ich, wahrscheinlich, äh, bespricht, jetzt ganz konkret und dann im zweiten Schritt wahrscheinlich auch guckt, ne, hat das irgendwie auch noch eine Ursache, ne, warum ich da vielleicht auch in solche Themen reingerate, ne, was ich, äh, von dir jetzt auch nochmal ganz gut finde, also auch nochmal so Hintergründe zu beleuchten, ähm, oder vielleicht auch für die Zukunft, ne, wie kann ich da auch nochmal, äh, mich persönlich besser aufstellen oder wie kann ich anders mit so einer Situation dann umgehen, wenn das nochmal auch auf mich zukommt, ne. Ja, klar, auf jeden Fall, ne. Ja, interessant, also wirklich spannendes Thema, ich glaube, das könnte man auch noch in der, in, in der großen Breite so aufmachen mit Beispielen und Ideen und auch natürlich höhere Fällen. Oder wenn Betroffene sagen, genau, oder, genau, wollte ich gerade sagen, ne, wenn Betroffene sagen, Mensch, hier, das fände ich wichtig oder würde ich mich gern teilen oder würde andere schützen wollen, äh, und indem ich, dass sie das nicht wiederholen und ich möchte es gern mitteilen, dann könnt ihr euch gerne melden natürlich, ne. Bitte, ja, auf jeden Fall, ich kann mir auch vorstellen, dass wir da sonst immer echt eine Folge zu machen mit jemandem, der da einen Erfahrungsbericht schildern möchte. Wer das möchte, auch gerne natürlich anonym, ist gar kein Problem. Ja, klar. Meldet euch gerne. Ja, war eine schöne Runde mit dir, Corny. Ja, fand ich auch, ne, dann, äh, leg dich wieder hin. Ja, du auch, ne, kurz und knackig, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Ihr Lieben, macht es gut. Ciao. Tschö. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen. Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf. Yeah. Ja. Ja.